So, ja, wie immer zu spät oder völlig verbimmelt das Out-of-Line-Video, deswegen ein Kack-Quali von mir aus dem Wohnungsflur, 20 Jahre Out-of-Line, 10 mit Ego-Noise, Olli und ich sagen, herzlichen Glückwunsch auf die nächsten 10 oder 20 oder wie viele Jahre auch immer, ihr macht einen super Job, macht weiter so, natürlich auch in den Namen von Gunnar und mir, also dem Sex-Horzisten, alles, 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 alles Gute zum Geburtstag, ja Leute, feiert hart, feiert gut und ich würde sagen, auf viele weitere lustige Jahre mit Out-of-Line.